Hallo Leute, Willkommen zurück zuerst bei Black Mirror 3. Im letzten Bad haben wir uns noch ein bisschen weiter umgeschaut hier auf Black Mirror, haben tatsächlich den Bohrhammer mitgenommen, dem wir ein bisschen Benzin reingefüllt haben. Ja, und ich weiß jetzt, was wir tun müssen und normalerweise meckere ich dann ganz gerne mal, dass das total dumm ist, was man da tun muss, aber nein, es ist sogar logisch. Ganz ehrlich, da hätte ich drauf kommen können. Ich meine, wir sollen doch die Menhire untersuchen, ja, wir haben die Menhire untersucht. Ja, und wie wäre es, wenn wir einfach mal die Position der Menhire untersuchen, du Vollidiot, indem wir sie auf unserer Karte eintragen. Oh, nee. Vielleicht ist die Anordnung der Menhire wichtig. Ich trage ihn mal in meine Karte ein. Ich lege mir ein Blatt Papier auf die Wanderkarte. Dann kann ich mir wichtige Informationen darauf notieren. Da hätte ich jetzt aber auch selbst drauf kommen können, ganz ehrlich, das ist ja eigentlich logisch. So, ein Menhire haben wir schon mal. Dann. Wo ist meine Karte? Da. Da ist einer. Ich mache ein Kreuz an der Stelle, wo dieser Menhire steht. Sehr gut. So, zwei Menhire, drei Menhire. Sechs Stück gibt es ja. Jetzt habe ich schon drei Menhire eingetragen. Okay. Vier. Wo sind dann die letzten beiden? Vielleicht war beim Gewächshaus einer und ich erinnere mich gerade noch nicht dran. Kann ja sein. Das ist der vierte. Nö, hier ist keiner. Drinnen war auch keiner. Nö. Vier. Zwei Menhire fehlen noch. Dich habe ich. Dich habe ich auch. So. Also ich habe nicht weiter geschaut. Ich habe nicht geschaut, wo die Menhire sind. Ich habe nur geschaut, äh, was ich tun muss. Als ich gesehen habe, auf der Karte eintragen, habe ich gleich die Lösung wieder weggeschalten. Ähm. Mhm. Habe ich, ich muss jetzt irgendwo welche übersehen haben. Die Menhire habe ich. Äh. Die beiden Menhire habe ich auch. Ja, und hier ist kein Menhire mehr. Da unten. Mehr hat dieses Loch. Ja toll, hier ist auch nichts drin. Hier ist nur eine Statue, die ja aus, ja, nicht aus normalem, die, Entschuldigung, die ja aus normalem Stein. Das ist nämlich gerade. Wer macht Statuen aus Granit und nicht aus Marmor? Die Statue ist in Wirklichkeit aus normalem Stein. Der Marmor ist nur eine Beschichtung. Warte mal. Bist du ein Menhir? Wo ist meine... Da. Ich suche sie jedes Mal aufs Neue. Tatsächlich. Das ist nicht. Das ist ein Menhir. Ihr seid aber auch früher drauf kommen können. Die Statue ist aus demselben Stein wie die anderen Menhire. Und irgendwer hat irgendwann eine Statue daraus gemeißelt. Ihr seid Pisser. Ihr seid ekelhafte Pisser. Jetzt habe ich fünf Menhire eingezeichnet. Einer fehlt mir noch. Ja, das mag schön und gut sein. Und wo ist der? Alter, das sind aber ekelhafte Pisser. Jetzt warte mal. Da muss er dann fast drinnen sein. Du bist auch... Dennis, es ist kein Menhir. Oder? Nein. Aber es macht ja keinen Sinn, dass ein Menhir drinnen ist. Aber ich habe nur drinnen noch nicht nachgeschaut. Und hier ist nirgendwo einer. Gehen wir mal rein. Ähm. Globus? Warum kann ich das damit kombinieren? Ist das Menhir? Ja, natürlich. Man hat das Schloss um einen Menhir herum gebaut. Ah. Wahrscheinlich hat man den Grundstein direkt aus dem Menhir gehauen, als man ihn verstecken musste. Ich markiere ihn auf meiner Karte. Ganz ehrlich, wenn man Black Mirror 1 und 2 nicht gespielt hätte, hätte man das niemals gefunden. Wenn man den Bleistift mit der Wanderkarte benutzt, kannst du drauf einzeigen. Dann haltet ein Ziel, eine Linie mit der linken Maustaus. Ja gut, das hätte ich jetzt auch selbst ausprobiert. Äh. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, toll. Äh, ich soll was zeichnen. Hier, so. Ah, scheiße. Ich wollte einen Penis malen. Hier. Zack. Ich bin voll cool. Schau mal, was ich hier für krasse Sachen mache. Alle verbunden. Oh, doch nicht. So, und den kann ich auch noch so verbinden. Und dich kann ich noch so verbinden. Ähm. Ja. Jetzt habe ich alle miteinander verbunden, aber was habe ich davon? Ich muss es irgendwie wahrscheinlich markieren. Ich muss es irgendwie machen, dass die sich kreuzen. Warte mal, wie wäre es denn so? Ja, dann kreuzen sie sich aber nicht. Ha. Wie kreuzt ihr euch? Ja, ich habe so einen Judenstern gemacht oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich muss es irgendwie machen, dass ich... Nehme ich jetzt wenigstens mal an. Warte mal, wenn ich es jetzt einfach mal so verbinde. Eins, zwei. Zack. 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 Ne. Bringt auch nichts. Hä? Muss ich das machen, dass sich alle Linien an einem Punkt überschneiden? Wie soll denn das gehen? Ich kapier's nicht. Was irgendwie nichts Neues bei mir ist. Ich muss das sicherlich irgendwie machen, dass sich die Linien voll krass kreuzen. Ich mach jetzt mal, dass ich... Hä? Hä? Die Menhiere um das Schloss stehen wirklich in derselben Formation wie dieses Sternbild. Aber was haben jetzt diese Portale damit zu tun? Und wo ist der Eingang? Okay. Ich hab jetzt einfach mal alles miteinander verbunden, was noch irgendwie verbunden werden kann. Wo soll ich jetzt wissen, wo der Eingang ist? Da oben. Hier, da. Guck mal, da. Nö. Äh, hä? Wie soll ich jetzt wissen, wo der Eingang ist? Warte mal, bei dem Sternbild war doch hier oben noch irgendwo was, oder? Kann das sein? Wie soll ich jetzt wissen, wo der Eingang ist? Ich glaub, jetzt ist alles miteinander verbunden, was man verbinden kann. Sicher bin ich mir zwar... Gerade nicht, deswegen versuche ich jetzt gerade nochmal alles irgendwie ein bisschen miteinander zu verbinden. Irgendwie mache ich gerade manche Linien doppelt, habe ich das Gefühl. Ähm... Wo sind wir dafür, dass... Wie komme ich jetzt hier raus? Hallo? Ich will hier raus. Ich will mir nochmal das Bild anschauen. Warte mal, kann ich, äh, zack? Zack, nein. Hätte das sein können. Zack, 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 zack. Eins, zwei, drei, vier. So, und dann hier oben. Okay. Okay, 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 okay. So, 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 so. Erstmal alles weg. Äh, ja, löschen und... Hallo, das hier auch? Achso, das ist jetzt die Linie... Achso, die Linie kann ich jetzt gar nicht mehr löschen. Ja, eigentlich würde ich ja jetzt sagen, hier oben. Äh... Weil das Bild zeigt ja an, die Miniere weisen dir den Weg. Zack, 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 zack. Aber... Hä? Weil auf der Karte, auf dem Bild ist, wir haben es hier oben noch einen Punkt. Tja. So, und so? Das Blöde ist, das trifft sich halt da nicht. Ich hab keine Ahnung, was mir das jetzt sagen soll. Was soll mir das jetzt sagen? Diese Zeichnung habe ich bei Dr. Winterbottom in der Sitzung ge... Die Miniere weisen dir den Weg, hat Victoria gesagt. Hm. Hm. Ähm. Ja gut, das kann man jetzt sehen und sehen wie man will. Dadurch, dass ich ja nicht mal weiß, was ein Ding hier ist, ist einfach für mich eine Steinstatue. Mehr nicht. Soll ich damit vielleicht zum Doktor? Äh, kann das sein? Ich will gerade nicht schnell. Okay. Ähm. Die Menhiere weisen dir den Weg. Und das bedeutet was? Dass das hier das Haus vom Nikolaus ist. Hä? 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 Kann ich das noch irgendwie weiter? Nee. Schön, ich komme schon wieder nicht weiter. Das gibt es doch nicht. Äh. Jetzt zeichne ich halt wieder irgendwas ein, weißt? In der Hoffnung, ich werde irgendwie irgendwas daran erkennen. Aber, ich seh jetzt nichts, was ich, wo ich jetzt sagen würde, ja, das ist des Rätsels Lösung. Ein Stern halt. Wenn man ganz viel Fantasie hat. Und sonst weiß ich, ehrlich gesagt, ich weiß wirklich nochmal weiter. Ich habe jetzt alle Punkte miteinander verbunden. Und ich würde auch sagen, hier hoch. Muss ich auf der Karte vielleicht gar nichts einzeichnen? Ähm. Es kann ja sein, dass ich in der Karte, auf der Karte gar nichts einzeichnen muss. Der Globus ist aus Metall. Ein riesiger Steinblock. In der Ecke steht eine Reihe. In der Ecke steht... Ähm. Tja. Ja, 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 die Menhiere zeigen mir den Weg. Das ist mir... durchaus... Das ist eine Rottie Hand, aber ich lasse sie hier liegen. Das ist mir durchaus bewusst. Inwiefern sie mir den Weg zeigen, weiß ich aber noch nicht. Was sind das denn für Flecken? Sieht wie Schimmel aus. Gesund ist was anderes. Vermutlich hingen hier früher Bilder. Entweder sind sie beim Brand zerstört worden, oder man hat sie abgehängt, um renovieren zu können. Warum ist das Schimmel? Was sind das? Sieht wie Schimmel. Äh. Kann ich das? Nein, kann ich nicht. Hätte es sein können, dass ich hier irgendwas aufstemmen kann. Aber warum sind das schwarze Flecken? Was sind sie die Schimmel aus? Damit kann ich doch hundertprozentig irgendwas machen. Hm. Gar nichts? Ähm. Nee, gar nichts. Die Sitz. Naja, die Meniere zeigen mir voll den krassen Weg und so. Weil die Meniere, die sind, äh, voll die Übermax. Äh, ich bin kein Brandstifter. Also laut Medien schon. Hier, zack, zack, zack. Ach, jetzt warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Jetzt, warte mal. So. So. Habe ich die Karte falsch rum gelesen? Drei unten, zwei oben. Und dann in der Mitte von dem oben drüber. Nein. Ich habe sie richtig gelesen. Da, ich kann jetzt die ganzen Linien nochmal nachziehen. Das würde bedeuten, dass das hier irgendwo ist. Weil es ist hier. Und da ist die Bücherei. Also laut Karte. Und laut dem, wo die Meniere waren. Bla, bla, bla. Hä? Hier bei dem Sternbild sind die zack, zack, zack eingezeichnet. Aber der hier nicht. Und der Minier, der hier. Das ist der hier. Warum ist der da nicht auf, auf seinem Sternbild verbunden? Warum? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Die Meniere weisen mir den Weg. Die sind voll toll. Die sind super. Das sind die super Meniere. Das ist das, was eingezeichnet war. Und das ist das, was separat noch irgendwie war. Ähm. Hä? Ich, ich muss ganz ehrlich, ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht. Da, das ist jetzt wieder was, was ich nicht entfernen kann. Ich kann das hier nicht wegradieren. Aber warum nicht? Warum nicht? Ich darf mit Ralf reden, okay? Phil, dieser Kerl, der dich eingesperrt hat, ist tot. Ralf? Hast du gehört? Du kannst beruhigt sein. Keiner tut dir mehr was. Und der, der andere? Was ist mit dem? Welcher andere? Der, der Kumpel. Ist der auch tot? Äh, nein. Wer ist das denn? Kennst du seinen Namen? Kumpel. Phil nannte ihn Kumpel, wenn er da war. Und wenn er nicht da war? Arschgesicht. Äh, ja. Okay, ich hab, ich hab, ich hab schon gemeint, ich hab jetzt hier Fortschritt. Kann ich da, äh, meiner Psychologin? Ich will gerade nicht stören. Komm, erzähl ihr, dass das voll toll ist. No! Jetzt ist die nicht da. Nein. Wie läuft's? Bestens. Sie haben hier jede Menge Fotos. Dauris, Herr. Die Gordons verkehren nicht. Wo verkehren sie dann? Ich weiß, verlassen sie ihr Anwesen äußerst sehr. Ich muss dann mal. Wir ehren sie uns. Irgendwann, diese, diese Menhiere, die machen mich aber auch echt fertig, oder? Ich habe weder Lust auf einen. Diese Menhiere, die machen mich aber auch fertig. Diese Zeit. Ich hab keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Ich muss mir da mal was einfallen lassen. Und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal an Ort und Stelle wieder. Also gut, Leute. Das war der Messer bei Black Mirror 3 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.